So, Servus miteinander. Jetzt wird es gleich total super, weil wir sind nämlich auf der St. Johns Tower, auf der Hilarion-Fest und ganz, ganz, ganz oben. Also weiter rauf geht es nicht mehr, wir sind in der letzten Ecke. Da hat es den John da bresselt, haben sie ihn aus dem Fenster gestupst. So schaut es aus, gell? Wunderbar. Das ist der Tower, gell? Weiter geht es nicht mehr rauf, über uns dann nur der Himmel.